ich habe es aber nur reingelegt aber er hat immer Kinder es tut mir leid wir sind wir sind ganz groß und erwachsen schon ich nehme es zurück er wie sowieso darf ich jetzt als Chief hier den Eisenhelm aufsetzen ja weil ich jetzt was er das ist schief ja so hast du hast du dir jetzt ein Eimer ja ich will die Katze der Helm ist kann da ist die Wörter des Wasser in deinem Helm tun uns zu schützen ja machen wir leiser auf den anderen vertragen wir das Wasser holen auf der Junge ja dann such mal Eisen meine Dinge jetzt hier ja ist Stripmine dafür jetzt erlaubt oder nicht ja anfangen jetzt schon noch ok ich hätte zwar eine andere Idee in der Wehung gezogen dass wir einfach an dem Wasser Ding jetzt buddeln aber ah ich hab Eisen gefolgt ja ok ja da unten ist halt ne Hülle ne habt ihr eigentlich noch alle volle Leben ja ja wo ist hier ne Hülle wo das sieht man übrigens wenn man Tab drückt sieht man die Leben ja wenn man Tab drückt sieht man das ja ah das ist geil ja gut ich hab nur ein Eis das ist ein bisschen schlecht wir können nicht ne Schaufel draus machen ja Max wollen wir jetzt ganz dreist hier in die Hülle gehen würde ich jetzt erstmal nicht machen vor allem weil das so unbewesentlich ist ja wir können jetzt von rechts und links ja das ist glaube ich mit der Schaufel gäh gäh das ist voll krank man warum laufen die mit Schaufeln rum Christoph hier lass mal hier rein da hab ich mich auch schon gefragt was das ist Pole ja dann kommen wir hier wieder hin zu unserem ja was ist denn das toll okay geh mal weg warte dann dann ja dann dann meine ich jetzt hier noch ja ich mach mir auch mal hier woanders noch einen Schach ähm okay okay ich hab'n schön großes Kohle für jetzt gefunden ich hab'n bisschen Baum ja das hab' ich auch gerade ja ich hab' dir da hingemacht um zu markieren wo die Höhlen sind okay ah okay äh das ist sogar schlau hätt' ich gar nicht erwartet jetzt von dir aber okay ich hab' auch nicht das ist alles harte irgendwie ja ich lerne schnell scheiße ich brauch' Fackeln und hier ist Eisen boah leckt mir doch die Eier bin ich cool ja bist du danke bitte oh Junge du darfst da echt nicht einfach zwischenrennen ich hätte dich fast gehauen ich baue doch hier Eisen ab alter wollte hier nicht irgendwie in verschiedene Gänge gehen ja war ja eigentlich irgendwie mein Plan er ist Nachmacher Nachmacher ja ich hab' dir ein Eisen weggesagt das kann ich mir ein Eimer bauen yeah ah ja genau und leuchtet die Gänge aus nachher würde ich nicht machen ja das ist viel cooler wenn sie nicht aus wo geht's da hier hoch da kannst du direkt hoch ja voll geil find ich das voll geil alles verknüpft hier man übel alter das ist voll wie beim Metro bock ey Jungs Jungs lass mal jetzt hier voll auf Diamanten ich hab' ne Höhle gefunden direkt provozieren Diamantenhöhe komm wir holen jetzt Diamanten ja okay dann streetmine ich jetzt in Diamantenhöhe wenn schon okay ernsthaft aber vor allem nicht in Lava ich seh's schon kommen nein nein da pass ich auf ich kann ja geduckt gehen kann er? kann ich könnte ich mach ich aber nicht tjihihi lol voll verirrt hier ok jetzt schon im Gang ey Jungs ich bin in so nen Seitengang reingelatscht die Level die steigen langsamer ohne Scheiße oder? nein nö wirklich nicht? nö von wo willst du ein Level bekommen jetzt schon? du hast doch gar kein Level zukommen dein teuer Cola ja aber ich bin jetzt auch schon irgendwie Level anderthalb und hab irgendwie noch nicht wirklich viel gemacht cool ich bin nicht mal Level 1 jetzt würde ich ganz gerne rausrennen Alter guck mal da warte mal ich guck durch Glas jetzt ein Endlevel an das sieht mich nicht gell ne Christoph wie ist denn so dein Level? äh 4 ich hab ja auch die ganze Zeit Kühe gekillt ja müssen wir versuchen das relativ fair zu machen also so wie wenn da halt Kühe stehen dass das dann der die killt mit den wenigsten Leveln damit wir gut verzaubern können ja die genau das darfst du dann killen so pass mal auf jetzt hab ich hier Kohle soll das ein Diss sein? ne 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 oh Eisen nochmal Eisen ja wer ist hier der Pro? Christoph du weißt wir sehen uns im Real Life ne? ich hab ja ne also pass auf was du hier sagst was hast du? das traue ich die nächste Pause dein Pausenbrot oh nein dann reiß ich mich jetzt ab nein nein ja also ich denke mal kohletechnisch haben wir genug Alter es ist oben im Haus nein das gibt die Kohle jetzt trotzdem mit also die Kohle die wir finden was doch blöde warum hör ich hier jetzt überall fett Zombies das macht mir voll Angst wahrscheinlich ist hier ne Höhle gut kombiniert oder? oha ja das ist nicht schlecht kombiniert das ist nicht schlecht kombiniert hm 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 hake alter ne ne also richtig so richtig bad einfach so weißt du wisch mal Detektiv Boah Detective Conan alter das ist so geil ich hab' ich früher mal geguckt und an ich find ohne Witz die Serie ist einfach so über pornös und One Piece ist auch geil ich höfst jeder Mäuse und hier ist Dreck das heißt doch dass hier Wasser in der Höhle ist oder? Ich dachte, hier sind Fledermäuse und Dreck. Nein, aber wenn Dreck ist, wenn Dreck ist unter der Erde, kann das heißen, dass da Wasser einnähert. Oder? Nee, das muss mir mal erzählen. Ohne Scheiße, was soll ich dir das denn erzählen? Das weiß ich noch, dass das mir echt mal erzählt, ohne Kack. Ich hab früher mal gedacht, dass Diamanten nur unter Wasser, also praktisch nur in irgendwelchen Seelen spawnen oder so, weil ich meinen ersten Diamanten in Minecraft in so einem unterirdischen Wasserfall oder so gefunden habe. Also, mein erster Diamanten in Minecraft habe ich über Slash-Gift Mad Max Master 278. Leute, kann ich versuchen. So sieht's aus. So, 37 Kohle hin. Aber Christoph, wie viele Diamanten haben wir eigentlich noch mal bei uns bei Rockstar IP in der Let's Play Welt? So, über wenige. Ja, richtig wenig. Ja, ist mir nicht auch mal aufgefallen. Ja, wir können ja mal Diamanten fahren, aber warte mal, ich will ja keinen Stammgast. Ja, wir wollen ja auch noch mal, äh, das ja, wow, ne Hülle, ne Hülle, ne Hülle. Ich mach die immer direkt wieder zu, die Höhle, ne? Ja, genau, äh, am Montag nehmen wir übrigens jetzt mit Brammen auf. Also, es kommt ja ab, ab, ab morgen kommt Minecraft voll mit Concrafter online. Und, äh, ab, äh, keine Ahnung wann, kommen dann voll mit Brammen online. Und, ab, ab Montag nehme ich auf mit dem. Und, äh, danach, bei der nächsten Aufnahme könnt ihr dann dabei sein. Ja, genau. Also, Rockstar IP wird auch mal hier bei Master IP zu Gast sein. Für, für die, die es, äh, gehirnmäßig jetzt gerade nicht geschnallt haben. Ja, das wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Oha, leck mich am Arsch. Alter, ich war gerade erschrocken. Bei mir kommt gerade die Betty-Hill-Themen, du steckst die jetzt ins Wummelz und so. Alter, jetzt bin ich gerade hier fast ins Messer gerannt. Warum bist du nicht? Wir brauchen was da hier für unser Haus nicht vorhandenes Feld. Ich hab mal ein Ding. Warum benutzt du da nicht, äh, Eisenspitzhack, ey? Wofür? Die benutze ich auch. Ist das ja schlimm? Nein, nicht benutzen. Benutze die doch nur für Sachen, die man auch mit Eisen abbauen kann. Weil, alles mit Spitzhacken bauen würde man nicht so viel machen, weil das halt Rüstung und so, weißt du schon? Ist ja erstmal wichtiger als dann sowas. Also ich bin zwar ein Stein. Also eigentlich, wenn ich einen Endermann durchs Glas angucke, dafür ist dann nicht irgendwie Risiko oder so, ne? Nein. Alles gleich, ich hab mich auch gesagt, vorhin wie 5 Minuten oder so. Endermann müssen wir auch noch gehen, ne? Der hört niemals zu, das ist voll krassig. Ja, das ist tragisch, ich weiß. Ja, nee, wirklich, Alter. Das tut mir voll weh, an inneren Themen. Ähm, Leute, das hier auch noch ausheben, hier. Äh, also nicht die Wand, sondern, nee, also, ja, kannst du machen, aber da war irgendwas dahinter, deswegen hat der, äh, andere hier. Ja, das ist krass. Ich glaub ich, äh, Chris, da hat es nicht abgebrochen. Ich, ich, ich setz dann da immer, äh, Kapaston hin, wenn da irgendwas ist. Lol, der Enderman portet sich, ne? Da ist irgendein Skelett irgendwo runtergefahren. Ah, das stirbt dem Gravel was. Nein, es ist sehr hell. Und, es wird grad Tag. Es ist Tag, es ist Tag. Okay, dann holen wir gleich Wasser, um dann Samen anzupflanzen. Ja, Dennis, ich speise mal einen Eimer in den Hohber Wasser. Und ich jetzt hier da in dein, dein Bim-Brupp, oder was? Ja, das war's schon immer, ey. Oder, ey, 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 Leute, Leute, noch ein Blachwitz, aber ein bisschen magraber. Ähm, was ist grün und mäht draußen mal einen Rasen? Ich, ich glaub, ich weiß es. Ich dachte, mein Neger anmalen, wie ich bin. Ja. Boah, das ist echt krass. Bisschen schwarzer Humor, aber Leute, nehmen's nicht zu ernst, wer jetzt was gegen hat. Wieder schwarz, wie die Nacht, Alter. Na ja. Ey, 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 halt, 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 da würd ich nicht. Hier oben ist's grad, das ist nur stinknormaler Hoden. Hoden? Dampfender Hoden. Übrigens, in Salz, Wasser schmeckt er ganz vorzüglich. Okay, Christoph, komm, wir machen mal. Er hat nen Wasser-Eimer, woher? Wie viel, wie viel muss denn der unendliche Wasserquelle tief sein? Ich nur ganz kurz. Nein, dann muss nur, so wie's jetzt ist, einfach eine Seite, eine andere Seite. Okay, dann geh nochmal kurz. Ja, dann geh nochmal kurz. Boah, geil, ey. Ich will auch einen Eimer. Die Unter-, äh, die, die Wasserquelle könnt ihr ja gleich noch verschieben. Ja, das passt, das passt jetzt. Na, ihr nehmt, ihr nehmt einfach die Wasserquelle und schiebt sie woanders hin. Boah, Alter, bist du verrückt. Scheiße, die Spinne hat mich angegriffen. Warum? Ich hab nix gemacht, Alter. Alter. Ich hab auch viel Herzen weniger. Nein, ich mach dir ja nicht. Warum, warum macht die das? Ja, okay, Herr Ding, dann jetzt ein bisschen zurückgreifen. Ich bin doch nur rausgegangen, es war Tag, ich wollte Wasser holen, genau wie D-Master ist er auch rausgegangen. Und der ist nix passiert, dann kommt die runter und leckt mir die Eier. Ja, und ich hab sie gekillt, ne, weil ich so ein netter Kerl bin. Okay, wo kann ich Wasser reintun? Unsern Schützling, der sich aber schon hinten behalten darf. So, wo, wo Wasser? Jetzt hab ich ja vier Leben weniger halt. Hier in der Mitte, dieser mittlere Streifen, den einfach ein bisschen Pflaster füllen. Rechte Gurg, wenn ich wegfahre? Okay, nein. Nee, lass, 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 so wie es ist. Ich hab mir schon berechnet. So. Ich kann rechnen, übrigens jetzt. Ich kann hier noch kein Getreide pflanzen, ist wahrscheinlich nicht hell genug. Ja, du musst halt noch ein bisschen überzeugt sein. Ja, du musst halt irgendwie erst mal, äh, das, alter, wie, alter, wie, 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 wie lang spielst du denn schon Minecraft? Ach, mach doch mal erst mal kurz so ne Hole, oder wie das heißt. Das geht jetzt. Scheiße. Das ist voll der Gehirnfeld, ich hab echt, ich hab das Feld nicht gehackt. Wolltest du so machen, oder wie? Ja, ich bin voll überzeugt. Du bist jetzt halt, jetzt wolltest du nicht. Einfach, einfach reindrücken und so, dann geht das nicht. Okay, dann gib mir die Samen, dann kann ich anfflanzen werden. Nö, geh weg, das mach ich jetzt. Aber trotzdem, wir brauchen trotzdem genug Licht. Das ist doch unnötig, Christoph, mach was anderes. Du mal extra einen Raum machen für die grändliche Wasserquelle hier unten. Boah, ey, das provoziert mich, ich geh jetzt nicht mehr raus, Arschloch. Alter, wir waren doch eben auch draußen. Und dann hat die Spinne da geschillt und dann greift die auf mich auf einmal an. Was brauchen wir denn jetzt noch von draußen? Bitte macht mal die Wasserquille. Klar, die Flühe rennen doch cool. Für Federn, für Feil. Ach, Moment, wir brauchen gar keine Wasserquille, äh, unsichtbare Wasserquille. Und, äh, unendliche Wasserquille, wir können ja hier einfach aus dem, aus dem Kackstreifen hier raus, aus der Ritze. Ja, stimmt. Ich würd's auch einfach offen lassen, wir wollen das nicht zu viel machen oder so. Würde ich auch nicht machen. Weißt du, ich bin hart, ich mach sowas nicht. Nee, du bist generell hart. Weißt du, ich bin Däger, aka Bombenleger. Oh mein Gott, Alter. Nein, nicht Bombenleger, sondern Bombenleger. Ja, der legt Bombenleger. Ja. So. Ey, ich bin grad noch voll im Gehirn, dreht sich noch alles um diese scheiß Spinne, Mann. Voll der, voll der Pilobär, was soll das? Du kriegst einfach den ersten Apel und dann Apel. Ja, aber wieso, wieso reift die mich denn an? Die Arschloch, ey. Die Arschloch. Ey, die Arschloch. Ey, die Arschloch. Das war eine Absicht jetzt, Mann. Ey, die Arschloch. Das war doch schon da, blöde Spinne, ey. Du kannst dich übrigens mal bei mir bedanken, weil ich hab dir den Arsch gerettet. Ich hab sie kaputt gemacht. Scheiß Spinne, ey. Ja, danke. Wir haben übrigens schon vier Äpfel, ne? Und bitte nicht Bücher. Voll geil. Und 20 Leder haben wir auch schon. Brauchen wir für Bücher. Soll ich nochmal Holz holen? Also bitte keine Lederrüstung machen oder so, wer auf die Gedanken kommen sollte. Ja, ich helfe auch mit Holz holen. Ein bisschen Holz. Alles klar. Ja, Holz ist wichtig. Ich komm auch mit. Lederrüstung wär dumm. Brauchen wir für die Bücher, ja. Jetzt mach ich diese Arsch keine Lederrüstung. AX Obacht, die greift an. Ah. Hat er gerade Obacht gesagt? Ja, ja, ja. Obacht, die greift an. Ich mag euren Akzent voll. Echt, voll geil, Mann. Es war eigentlich gerade Witz. Also, Obacht. Ich sag nicht Obacht. Ja, okay. Kann man jetzt rausgehen? Ja, du nicht. Ja, kann man. Scheiß Arschlöcher, ihr alle. Aber ich sag in letzter Zeit voll gern Obacht. Ich sag auch immer zu unseren leeren Obachtstuhlen. Was ist los hier? Was ist los hier? Lage checken. Achtung. Obacht. Obacht. Nein, ehrlich. Hauptsache, ey. Nein, mein Opa hat immer Obacht gesagt. Boah, ein Creeper auch noch. Direkt vor meine Fresse. So was passiert. Ich pflanz mal hier noch ein paar Bäume nach. Mit unserem Set. Mein Opa, der hat immer so englisch-deutsch gesagt. Gif mal Obacht. Gif geben und dann Obacht. Weißt du? Wie bei der Gangster, Alter. Ich hol direkt jetzt noch mehr Samen. Oder? Ja. Wir können zwar warten, bis das Getreide gewachsen ist. Aber das ist doch auch blöde. Ja, das dauert hier noch. Ja. So. Läuft eigentlich schon gut. Was denn? Ja, hier so, was wir gerade so tun. Was tun wir denn? Abgesehen des... Da ist Henning vier Leben verloren. Oh, da ist ein Creeper. Ja, hab ich auch noch gesagt. Sagst du in Battle? Hier ist ein Creeper. Naja, gut. Ist halt so, dass wir... Wir sind jetzt relativ vorsichtig. Deswegen ist hier jetzt noch so viel Action. Das bei mir, das war jetzt auch nicht mal geplant. Das war so. Du hast mich geschlagen, Max. Ja, warum rennst du eigentlich auch da rein? Weil ich... Ey, du hast zwei Herzen verloren. Ja, weil du mich geschlagen hast, du Creeper. Ja, warum setzt du da rein? Ja, ich bin vor dir losgerannt im Wald hinschlagen. Das ist nun gar nicht. Doch, das zweite Mal bin ich vor dir losgerannt, du Schatz. Ja, das zweite Mal vor mir. Er stirbt das zweite Mal. Oh mein Gott, Alter. Haben wir irgendwie Lava schon gefunden oder so? Ich hab... Ich hab Lava schon gesehen. Dann könnten wir langsam schon in ne Hülle. Wenn wir uns ein Portal gießen. Ey, Jungs. Also erst mal Höhlentour. Dann, dann, dann in die Hülle. Ah, okay. Hier muss mal einer über den Fluss kommen. Christoph, komm mal her. Hier ist ne Hülle mit Eisen und so. Ja, jetzt warte mal. Wir gehen da gleich alle zusammen rein. Okay. Warum hat eigentlich der schon Eisenhelm auf? Echt? Ausgerechnet der, ey. Übel, gell. Ausgerechnet der, der hier eh Schaden bekommen hat. Ja, ja. Kloppt ruhig hier auf die Schwachen und so. Wer nimmt das eigentlich auch von euch? Ich nehmt hier das, äh...